Ja, natürlich, wir vergessen nicht, was wir hier in unserem Stadion erleben, die Schmerz, dass wir das Gefühl haben, dass wir im letzten Jahr fallen. Und wir müssen diese Energie für uns benutzen und hoffentlich, dass wir am Ende feiern können, aber wir müssen fokussieren und spielen 19 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, hoffentlich nicht, aber ja, es ist egal, das gute Ergebnis wir haben. Wir wollen gut spielen und verdienen den Sieg und verdienen weiterzugehen. Wir erwarten ein Spiel, das wir brauchen. Wir haben eine große Konzentration, aber auch nicht Geduld. Aber ja, wir warten auf verschiedene Momente in einem Spiel. Wir sehen, wie Roma spielen kann, mit einem hohen Tempo, mit einer hohen Qualität. Und wir haben gesprochen, was wollen wir. Und natürlich, das Ergebnis ist gut, aber es kann gefährlich sein. Und wir müssen klar idea haben, wie wir spielen morgen. Was haben wir schon mit dem Spiel? Wir werden versuchen, einen guten Spiel zu spielen. Wir wollen einen guten Spiel. Und es bedeutet, dass es mit dem Ballon, ohne Ballon auch. Es gibt auch die verschiedenen Momenten des Spiels, welche wir uns gut interpretieren. Aber den Planen für Roma haben wir das gut. Und für morgen haben wir uns bereitgestellt. Wir haben uns nicht nur mit dem Fallen der Fallen. Denn das schreibt uns auf den Ergebnissen. Das macht man einen Schritt nach zurück und wir wollen das nicht so machen.